Jetzt gerade frisch reingekommen beim Odenwolf Shop. Zwei neue kleine Werkzeuge für Camping- und Outdoorbedarf. Die zeige ich euch jetzt. Und es gibt sofort ab 75 Euro Warenwert ein gratis Antic-Werkzeug dazu. Und ab 100 Euro Warenkorb gibt es gratis ein W-Baukastenset dazu. Schaut auf jeden Fall rein auf die Seite von Odenwolf. Zudem gibt es noch einen Rabattcode, den könnt ihr bei mir im Link sehen. Was gibt es zu diesem Outdoor-Werkzeug zu sagen? Ja, wie man sieht, das ist eher so ein Neckknife. Also recht klein, hat eine Kaideckscheide und einen Clip. Also kann man auch an der Hose befestigen, das Werkzeug. Dieses Band ist dabei. Das Besondere ist, hier ist ein Feuerstahl und ein Striker dabei. Also man kann hier zur Not tatsächlich ein Feuer starten. Das Ganze kann man natürlich hier befestigen und kann somit dieses Werkzeug dann umhängen. Und draußen beim Camping so tragen oder im Wald bei euren Aktivitäten. Schauen wir uns kurz das Werkzeug selber an. Sehr klein, kurz. Und es ist eine Full-Tank-Klinge wieder mit einem sehr griffigen TPE-Griff. Also gummiert sozusagen. Ja, da kann euch nichts aus der Hand rutschen und bei euren kleinen Schnitzarbeiten oder was auch immer ihr damit machen möchtet. Da steht da nichts im Wege und ist D2-Stahl. Also robust, rostfrei in der Regel, wenn man es richtig behandelt. In dem Fall ist der Griff schwarz. Hier ist das Wolfgangs-Symbol immer noch drauf. Ja, ganz schick. Schaut ein bisschen aus, als wenn es noch wachsen müsste. Hat so ein bisschen Baby-Style, finde ich. Aber trotzdem gefällt mir es ganz gut. Zu Schärfe werde ich dazu nichts mehr sagen. Ich bin immer sehr zufrieden mit Odenwolf bzw. früher Wolfgangs. Mal ganz ehrlich, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von Wolfgang haltet und von Odenwolf den Rabattcodes und was sie so anbieten. Würde mich sehr interessieren. Das Werkzeug gibt es auch noch in Oliv. Also das ist das W Scandi und W Mini heißen die beiden. Könnt ihr ab sofort auf Odenwolf-Shop sehen. Kostet 29 Euro. Ich finde es wirklich nett. Wer noch keinen Neckknife besitzt, hier hat es eine schwarze Klinge, auch D2-Stahl. Der kann auf jeden Fall da unbehellig zugreifen. Das Ganze ist 42A-konform, also legaler Einsatz bei Camping- und Outdoor-Aktivitäten. Nun sind wir am Ende des Videos. Schaut es auf jeden Fall bei dem Odenwolf-Shop vorbei. Ich habe die Links unten in der Infobox. An dieser Stelle danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns auf meinem Kanal. Macht es gut. Servus. Ciao. Vielen Dank.